Sie waren in der Bank gefangen. Ja, und uns lief die Zeit davon. Genau wie jetzt. Die kamen also dann in die Stadt. Wo war das? Draußen war ein Platz. Wir hatten die Bombe und warteten in der Bank auf Miller und Anvil 3. Ich funkte sie an, um zu fragen, wann die Ablösung kommen würde. Sie sagten drei Minuten. In drei Minuten werden wir da sein. 3-3, wir sollten uns beeilen. Sie werden uns aus der Weile in Farnung kommen hören. Einverstanden. Herr Inge, haben wir schon fünf Kontakt zu dieser Milchbitteinheit? Nein, deswegen läuft es nicht. Wir sollten aber was reinbekommen, sobald wir an diesen hohen Gebäuden vorbei sind. Verdammt, die Straßen sind blockiert. Es gibt noch eine andere Straße. Rechts von uns. Allerdings sehr schmal. Okay, los geht's! Scheiße, Mann! Das ist nicht gut. Miller, komm hier runter! Wir müssen die Lufen dicht machen! Ohne Infarkt lebe, das ist ein Blitzflug! Wirst du von uns weiter abgeknallt werden? Scheiße, das wird ja immer besser! Identifiziere Panzerfaust auf den Dach! Angriff! Angriff! Wir sind getroffen! Fahrer, bring uns hier raus! Los! 3-3 ist getroffen! Aber noch funktionsfähig! Oh, Kacke! Oh, Kacke! Verstanden! Verstanden! Achtung, Panzer vermitteln sich aus an den Platteln! Verstanden! Haben Sie gesehen! Haltet euch bereit, erst zu verschwinden! 3-4, mittel, 8-3! Wir haben die Haushalle! Können aber das GLA mit schweren Raketen sehen, die auf euch ins Helle bringen! Over! Verstanden! Schnappen wir uns dieses Bild ab! Vorwärts! Los! Los, Machschung! Streifschutz! Streifschutz! Und hier sieht alles okay aus! Was zum Hänker war das denn? Bring den Dach wieder in die Gänge! Haben Sie jemanden erwischt? Wir sind okay. Wir haben keinen Panzerfaust! Schnappen! Wir sind hoch! Sie nach was abgehend! Nenken wir in 3-4, wenn ihr auf die Hände! Schnappen ist wieder da! Aber Motor ausgedrautigt den Wunsch! Schnappen für Ex-Bitreffekt! Durchhalten! Sie kommen! Was auch immer es ist, ich hoffe, es ist es wert! Funkgericht auf Z3 entstanden! Verstanden! Wechseln jetzt! Was zum Teufel, Mann? Keine Ahnung! Wechsel einfach! Fertig! Wir gehen in 3-3! Wir können uns zugegen! Wir haben alle meine Möglichkeiten! Ihr seht also, in welcher Chance wir fliegen! Atombomben? Verstanden! Ihr! Wir stellen das nicht weg, dass wir in die Gänge kommen! Ich höre euch! Werde tun, was ich kann! Wechsel wieder zum Operationskanal! Miss-Fert 1-3! Ich wiederhole! 4-10-4-0! Wir sind in 30 Sekunden da! Haltet euch bereit! Verstanden! Verstanden! Markieren LZ mit gelbem Rauch! Ober! Sie haben Kriegkontakt zu eurer Position! Miss-Fert 1-3! Miss-Fert 1-3-1! Achtung! Mehr zu 2-1-1-4! Wir sind von uns! Wir sind in der Strecke! An hier wird starten! Wir sind in der Strecke! Miss-Fert 1-3! 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 Beleitet! Miss-Fert 1-3! Warten Sie, die Kusslos zu verbrissen! Abkommt für das Feuer! Z 4-0! Ändel 3-4! Unser Fahrzeug ist eventuell nicht fahrtauglich! Können wir mit Miss-Fert 1-3 abrund schweren? Negativ! Wir sind in der Lage für unsere Relay tir! Abkommt nur noch Platz für sie! Beleitet! Verstanden! Abkommt für das Feuer! Anvil 3-4, ihr Seins 4-0, Abfahrt an Bord, eine Handleiter, der Wettbewerb von 2.0, Tobe. Anvil 6-6, Anvil 3-4, der Wettbewerb von der Anfällung. Für die 15 Minuten da sein. Verstanden! Anvil 6-6, Anvil 6-6, hier Anvil 3-4, erbitten sofortige Unterstützung, wir stehen unter schwerem Beschuss, Kante ist langgelegt, sind kampfunfähig. Verstanden, versuchen Luftunterstützung anzufordern, wir tun alles was wir können, over. Wir brauchen Sie aber jetzt! Halt durch Kumpel! Hallo, Mr. Miller? Richtig? Amerikaner! Und Ihre Souvenirs. Gehört er Ihrem Kind? Ich kann den Namen lesen. Johnny Miller. Hoffentlich vermisst er ihn nicht. Zu sehr. Ach, Kinder gewinnen sich schnell an diese kleinen Dinger und weinen Tage lang. Wenn Sie sie verlieren, wissen Sie warum? Diese kleinen Dinger erinnern Sie daran, dass Sie geliebt werden. Aber Verluste gehören zum Erwachsenen dazu. Nicht? Wenn man erwachsen wird, muss man die Unabwettbarkeit des Todes akzeptieren, Mr. Miller. Die Unabwettbarkeit, Mr. Miller. Verstehen Sie? Mein Vater hat mir das gelehrt. Für Ihr Kind werden Sie also ein Held sein. Ich hoffe, das tröstet Sie etwas. Bruder. Amadei, Bejean. Eine Schande. Ihr kommt in unser Land, um uns zu töten und nennt uns dann Terroristen, weil wir unsere Nation und unser Volk schützen. Das ist der Preis, den ihr bezahlen müsst. Das ist der Preis, den ihr bezahlen müsst. Das ist der Preis. Vielen Dank.